Sorry, ich habe mein Spiel ja gerade komplett geleckt. Ja, Mann! Leck doch! Ist natürlich besonders geil, wenn man dann... ...keinmal irgendwas passiert und das Spiel spurt sich dann selber vor. Da kann ich nicht ausweichen! Mann, ey! Das ist echt nicht immer lustig so langsam. Ah! Wie viel das Nagel mal an Schadenbitte macht? Ich halte den Balken jetzt weg! So, leck mich, du Arsch! Schimpf wird da in Monsuit noch passiert. Wird es immer häufiger geben, wenn der so weiter macht. So, du Sau, komm her! So, komm her! Ah, Mann! Straßensperrenanwalt in Seele für die Zielposition angeben. Aller Einheit, wir müssen einen Energieanschieber verrichten. Seid krassig! Verrichte gerade die Straßensperrige an! Zu Festnahme vorbekommen! Oh, das war knapp! Pfff! Richtig, das ist eine kleine Sackratte! Alter! Was machst du denn? Wie fährt der bitte? Hm! Kontakt! Achtung! Verdichtiger an den Nagelagern zu rufen! Diesmal nicht! Ich! Och, ey! Hör doch mal auf! Es ist aber noch nicht mehr ich... Meine Fresse! Wow! Boah, leck mich, Straßensperren! Alle Einheit, Straßensperrenanwalt in Seele für uns! Soll es reißen! Oh, Leute! NEIN! Ach, Nö! Ich hab mich nicht getroffen! Ich bin unfähig! Nadelband an eurer Position An aller Eintracht Einsam von Nadelbändern frei Wiederholung, Nadelbänder sind gelöst Over Minikopter bitte Anfall und Luftunterstützung erhalten Komm, das ist mir gerade vorbei Komm schon Zieh, zieh, zieh Komm, den krieg ich unter den 5 Minuten Alter, der Typ hat doch echt Schaden Negativ, Seel ist im Töne Alter Komm Komm Alter, ich komm nicht hinterher Ja Einfach blüht in den Rauch reingefahren Null, null Zielen, aber einfach raufhalten So fährt die Polizei heutzutage Ich würde auch mal sehen Interessieren, wie viel die Polizeistationen Da am monatlichen Ausgaben hat Alleine in Autos Nur mal so als Frage Ich hab ja hier alleine, ich glaube In einigen Monaten sonst wie viele Autos durchgejagt Nur mal so nebenbei Oh, wir haben eine neue Belohnung Schön Neues Fahrzeug beschafft Audi R8 V10 Einheit Schnelleinsatz Ich höre, ich das vorlesen kann Boah Der Wagen ist schön Perfekte Kontrolle über schier unglaubliche Leistung Was hat denn ein Bugatti Veyron bitte für Leistung Schier unglaubliche, unglaubliche Leistung Unglaubliche, schier unglaubliche Leistung Na gut, egal Das schweift ab Oh, wir haben schon wieder hier neue Events Oh, ein Hoppessuit Natürlich fahren wir die direkt End of Line, natürlich Ein Hoppessuit fahre ich immer gerne So Hallo Leck ruhig Schon klar So, wieder zurück Nachdem gerade irgendwie Frips rumgespackt hat Na gut, egal Ähm Oh, ist ja geil Hohoho Ähm Ja Wir nehmen Nehmen diesmal nehmen wir den Agera Mal einmal den Agera fahren Warum nicht Ich hab jetzt nicht geguckt, ob ich laut genug bin Scheiße Vielleicht bin ich es doch nicht Ich weiß nicht Ich hoffe mal, ich bin laut genug Wenn nicht Ha Heute wieder meine Ausraste nicht Tut mir ja leid Ich weiß nicht Bei anderen Spielen halte ich mich in meinem Zaum Bei dem Spiel krieg ich null hin Irgendein Kabel ist gerade runtergeflogen Hm Ich hier gerade mal eine Playstation Kamera rumspiele Ja, ich bin zum Webcam Der Chat-Roller bin ich gerade drin Und die Kamera ist Ach nee, ist nicht Nein Das ist, ähm Ja, jetzt wird das Video wieder bei YouTube gesperrt Scheiße Ja, ich stehe neben wackelnden Pilonen Die Erde bebt schon regelrecht Guck mal, wie die Erde bebt Die Pilonen wackeln Boah, jetzt komm ich Und ich hör mich an wie ein Staubsauger Ja, Mann Staubsauger-Action Oh Das ist Roger D23 frei geliebt Straßensperren Einheiten Direkt vor euch in Stellung Hier Straßensperren Einheiten Verkehrsumfall abzudächtig Und er holen Ich muss doch nicht Ernst Boah, leck mich Straßensperren aus dem Gesicht Ruhle Straßensperren aus dem Gesicht Nein, nein, nein Bumm Heli hinterher Roger, sende den Verdächtigen her Der dem Verdächtigen, ja Stimmt, es ist nur einer, hast recht Die anderen musst du nicht beachten Sind nicht wichtig Die fahren nur ihre Sonntagsfahrt wie immer Leck mich doch, Arschloch Woa Upsi Alter, könnten die auch mal nicht in der Wüste hier rumrasen Dann will ich auch ein bisschen mehr sehen Was zum Geier Wie geht, was geht mit dem Bugatti denn bitte ab Holt der hinter mir den Topomodus raus Zieht ab Ich glaub's wohl Nur Verhaftung, ha, ich bin gut Sperre bitte Ja, ganz genau Ja, mach ruhig eine Vollbremsung Ich bin mit 3er Sachen hinten rein Pfeffer Top Idee Ich hab mir die eigene Nagelbänder reingeschoben Und dann noch ein EP hinterher gesetzt Perfekt Oh, doch nicht Okay, da hab ich den einfach gerammt Ich find echt der Wagen halt sich an wie so ein Saugstauber Ja, wie so ein Saugstauber Leck mich, Junge Ja, leck mich Von wegen Der Wichtiger hat das Nagelbänder verfehlen Der Wichtiger hat das Nagelbänder verfehlen Komm, Richtig Das war knapp So, Sperrenstraße bitte Jetzt sprich ich alles anders so und außer Bleib ich jetzt bei meinem Erzählstil Bei meinem Stil erzählen Boah, ich krieg nicht mal den Kreise jetzt hier mehr auf der Reihe Oh, noch in die Schraßwehr, in die Schraßwehr Nein, daneben nicht Man Oh, man, ich hab ich keinen von den beiden Ist doch nicht dein Ernst Ja, könntest du mal bis Ah, fuck it, ey Ja, leck mich doch Mit dem Heli hinterher Nein, ich erwische keinen Leck mich Ja, durch den Heli gestellt, schön War auch mein Plan Das hatte ich auch die ganze Zeit so im Auge Das Nagelbänder verfehlen Der Wichtiger hat das Nagelbänder verfehlen Aufsichtkampf verfehlen Mal, over Fuck Ach, scheiße Mann Durch hier die gestellt Perfekt Wo ist er gestellt? Ja, so macht man das Ich weiß es doch So, noch zwei Und Lufttreffer haben wir, das ist schön Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch unterwegs ist Und, interessiert mich Einheit, unsere Signale werden zerstört Komm, nicht kontakt angelegt Ich schicke ja auch mal deine Signale, Frau Ah Hey, noch acht Kilometer Und ich brauch nur zwei Typen, muss ich noch packen? Ja, klar Kein Problem Oh man, das wird knapp Konnte sich geradeaus weitergehen, maaan Ja, ja, ja Trämen weiter Hallo Jungs Könntet ihr mal aufhören, den Gegenverkehr zu euren Gunsten auszunutzen? Ach, nööö Ja gut, dann packe ich mir erst die vordere Nee, egal Ich hätte vielleicht nicht so abrupt bremsen sollen